Was kostet Online-Marketing für Immobilienmakler? Eine Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Und es gibt da am Markt ja von bis Angebote. Von 500 Euro bis 50.000 Euro oder mehr ist alles dabei. Und in diesem Video werde ich dir einmal konkret sagen, ja was du einkalkulieren musst, wenn du beabsichtigst, Online-Marketing zu beauftragen oder Online-Marketing von einer Agentur machen zu lassen. Und der erste wichtige Punkt, den du hier beachten musst, ist denn, ja wer arbeitet denn eigentlich an so einem Marketing-Projekt eigentlich mit? Wer sind denn die Akteure in so einem Marketing-Projekt? Es ist zum Beispiel so, dass bei uns es so abläuft, dass am Anfang erst einmal eine Konzeption erstellt wird. Das heißt, um dich in deiner Region richtig zu platzieren, um passende Eigentümer oder Käufer anzuziehen, muss konzeptioniert werden, ja wie plant man dein Marketing, wie baut man denn dein Online-Marketing richtig auf? Und dazu zählt zum Beispiel auch, ja eine Konkurrenzanalyse mal zu schauen, was machen denn andere in deinem Markt und was kann man vielleicht besser machen oder welche Werbeansätze nutzen andere und wie kann man die vielleicht sogar nutzen, um dich noch besser darstellen zu lassen? Und das ist einmal ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Konzeptionsteam, was sich nur mit der Projektvorbereitung und Projektplanung beschäftigt. Ist dann die Projektplanung abgeschlossen, ist der nächste Schritt, dass wir natürlich ein umfassendes Copywriting durchführen. Das bedeutet, es werden Werbetexte für dich geschrieben, für Plattformen wie Meta und Google. Es werden Texte geschrieben für Funnels und Webseiten. Es werden Texte geschrieben für Videoproduktionen, weil natürlich lebt dein Online-Marketing nicht nur von deiner Webseite und Bildern, sondern auch von guten Videos. Und diese Werbetexte für Videoproduktionen werden im zweiten Schritt genutzt, damit ein erfahrenes Team aus Videografen und Editoren deine Videos aufnimmt und final produziert, sodass du eben mit guten Videos, guten Produktionen auch entsprechend deine Wunschkunden anziehen kannst. Und nach Copywriting und Videoproduktion folgt natürlich auch das ganze Design-Thema. Deine Webseite muss designt werden, deine Funnels müssen designt werden, deine Werbeanzeigen müssen designt werden. Erfolg am Markt hat man dann, wenn man gute Creatives hat. Das heißt, gute Bilder, gute Bild-Text-Kombinationen, die eben natürlich auch deine Wunschzielgruppe richtig treffen, anziehen. Du kennst das, wenn man durch Facebook oder Instagram scrollt und man stoppt. Man stoppt nur dann, wenn man irgendwas Auffälliges sieht. Und man kann das aktiv kontrollieren und einfach Creatives baut, die genau das verursachen. Und deswegen gibt es natürlich auch in diesem Bereich eine große Design- oder eben auch Webdesign-Abteilung. Und damit natürlich dann die Werbung am Ende des Tages auch funktioniert, braucht es natürlich auch erfahrene Experten, die sich um das Werbungsschalten auf Meta und Google kümmern. Bei uns ist das das Team an Media-Bayern. Media-Bayern, die Fachexpertise auf Facebook, Instagram haben, die Fachexpertise auf Google haben. Und die kümmern sich eben dann darum, alle Bausteine zusammenzufügen, die Werbetexte, Videos, Bilder und Webseiten zu nehmen, sie zu kombinieren und dann natürlich dafür zu sorgen, dass du einen großen, wiederkehrenden Strom an relevanten Personen hast, die ja auf deine Webseite kommen, auf deine Funnels-Systeme kommen und sich dann natürlich eintragen. Aber das ist nur die halbe Miete, denn dieses Setup, dieses einmalige Aufsetzen deines Prozesses ist erst der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, und das macht den Erfolg erst so richtig aus, dass du ein erfahrenes Team an der Seite hast, was sich rund um die Uhr um die Performance kümmert. Bei uns ist das ein dediziertes Performance-Team aus Performance-Managern, inklusive einem persönlichen Ansprechpartner, dem du alles stellen kannst. Und dieser Performance-Manager mit seinem Team, er prüft auf Tagesbasis deine Zahlen, er schaut sich dauerhaft an, wie entwickeln sich deine Werbeanzeigen auf Facebook, auf Instagram, auf Google. Wo braucht man vielleicht neue Werbeansätze? Wo braucht man vielleicht neue Funnels, die aufgesetzt werden müssen? Wo müssen vielleicht Dinge inhaltlich aktualisiert werden? Und das wird dann eben ebenfalls von diesem Team umgesetzt, mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit dauerhaft für neuen Stoff zu sorgen, für neue Ad-Angles zu sorgen, für neuen Input zu sorgen. Dass natürlich am Ende des Tages die Ergebnisse steigen und dass auch deine Zielgruppe immer wieder neue Touchpoints, das heißt neue Dinge von dir sieht. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch ein Beratungsteam, weil wir sagen, ja, Online-Marketing ist wichtig, aber damit Online-Marketing funktioniert, brauchst du natürlich auch Branding. Du brauchst Vertrieb, du brauchst Prozesse. Und all das darum, auch bei uns, gibt es dafür nochmal ein separates Team, was sich wirklich nur um Beratung und auch Coaching kümmert, um natürlich dein Erlebnis ja so gut wie möglich zu machen. Und du siehst, da ist natürlich ein riesiges Repertoire an Team, was hier einfach existiert und was dafür sorgt, dass das Ergebnis oder das Resultat so erfolgreich wird. Und jetzt könnte man denken, ja, wenn da so viele Leute dran arbeiten, ist es natürlich extrem, extrem teuer oder eben die horrenden Preise von hohen, vielleicht sogar sechsstelligen Summen werden aufgerufen. Und hier kann ich dich beruhigen. Eine gute Agenturdienstleistung, eine seriöse Agenturdienstleistung kostet dich monatlich einen niedrigen, vierstelligen Bereich. Und das ist ungefähr das, was du eben auch einkalkulieren kannst. Das heißt, du bist ja immer dann, wenn du Werbung machst, auf der einen Seite zahlst du eine Agentur, ein Honorar, auf der anderen Seite hast du Werbbudget und du kannst damit rechnen, dass du Erfolge mit einer guten, soliden Agentur, ja, ein Honorar vergütest mit einem unteren, vierstelligen Bereich. Das ist einfach auch das, was am Markt üblich ist und was auf jeden Fall für Ergebnisse sorgt. Und wenn du erfahren möchtest, was das genau für dich bedeutet, exakt, was würde Marketing für dich kosten, weil natürlich ist immer noch mal so eine Brise Individualität da mit dabei, ja, dann sicher dir gerne mal ein kostenfreies Beratungsgespräch auf schneider-marketing.com. Da schauen wir uns dein aktuelles Unternehmen an, deinen Case an und geben dir dann auch ein konkretes Angebot, was es exakt kostet.